Hi, grüß dich, Mr. K hier, wieder mal am Start. Wir kümmern uns heute wieder um das Simple Past und heute schauen wir uns im Detail die Fragen an einem Simple Past, wie du diese stellst, auf was du achten musst und natürlich üben wir auch. Das alles und viel mehr gibt es nach dem Intro. Bis gleich. So, wir starten natürlich wieder mit einem Beispieltext. Lass ihn uns mal gemeinsam lesen. Last month Tom went to the city and bought a computer game. Did he buy more games last week? No, he didn't buy more games. So, diesmal haben wir einen Aussagesatz drin mit went and bought, zweite Form, unregelmäßig. Wir haben jetzt die Verneinung unten drin mit didn't buy und wir haben jetzt auch hier erstmalig eine Frage mit dabei. Did he buy more games last week? So, lass uns dann jetzt mal einen Beispielsatz näher ansehen. I liked the game. Liked mit ed, zweite Form, regelmäßig, wir wissen Bescheid und wie könnte ich jetzt aus diesem Aussagesatz eine Frage kreieren? Zum Beispiel, did you like the game? Wir haben also hier vorne ein did positioniert. Der Rest des Satzes ist von der Satzstruktur genau gleich. Wir haben hier das you like the game, Subjekt, Prädikat, Objekt und davor das did. Also bei Fragen immer das did vorne hinstellen und schon haben wir eine Frage im Simple Past. Was natürlich jetzt auffällt und dir vielleicht schon aufgefallen ist, ist nämlich, dass das to-Wort, das like, hier diesmal keine Idee mehr hat und das ist derselbe Grund wie beim didn't, bei der Verneinung. Wenn wir einen did im Satz haben, dann natürlich wieder nur die Grundform benutzen und keine zweite Form, das heißt keine Idee, keine zweite unregelmäßige Form, sondern einfach nur die Grundform. Du musst dann nichts verändern. Und das hat den Hintergrund, da das did schon im Simple Past steht, ist der Satz halt schon in der Vergangenheit und deswegen muss das to-Wort, das Verb, nicht mehr in der Vergangenheit stehen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. I played football yesterday. Did you play football yesterday? You watched TV last Sunday? Did you watch TV last Sunday? She liked the movie last night? Did she like the movie last night? They baked a cake one week ago. Did they bake a cake one week ago? Also wie du unschwer erkennen kannst, natürlich wie da vorne immer jeweils das did positioniert und alle to-Wörter sind immer in der Grundform, keine Idee, keine anderen Form. So, test yourself, lass uns nochmal zusammen üben und natürlich bei Fragen immer did benutzen und bei did keine zweite Verbform und wir legen los. I went to school. Wie könnte jetzt die Frage lauten? Wie könnte jetzt die Frage lauten? Did you go to school? Natürlich, das did vorne, das went wird zur Grundform go. Did you go to school? They worked yesterday. Did they work yesterday? Das worked wird zu work. Idee weg. He played at a football club last year. Did he play at a football club last year? The dog ate dog food three days ago. Did the dog eat dog food three days ago? Also, wie du siehst, immer dieselbe Struktur, das did am Anfang und natürlich das Verb in der Grundform. So, jetzt ist das Chaos mal wieder ausgebrochen. Die Satzbauteile sind alle durcheinander und jetzt lass uns nochmal eine Frage zusammen hier wieder richtig stellen. Und natürlich fangen wir an hier mit unserem did, unserem Hilfsverb und das geht an den Anfang. Did. Dann kommt unser Subjekt, you. Dann kommt unser play, unser Tourwort. Dann Objekt, games. Und dann die Zeit zum Schluss, last week. Did you play games last week? Und der nächste chaotische Satz. Wieder starten wir mit unserem Hilfsverb, did. Subjekt, did she, like, unser Verb, English, Objekt und zum Schluss den Ort at school. Did she like English at school? So, das war es auch schon zu Questions im Simple Past. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Mr. K. See you soon. Okay. Okay. Bye. 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 Vielen Dank.